Wen hast du da vorher ge... Der Gestank des Todes ist nah. Das ist das Werk eines Nekromanten. Immer wenn wir uns begegnen, können die Narschuhl nicht weit sein. Solange du diesen Ring trägst, sind sie dir näher, als dir recht sein kann. Im Augenblick habe ich keine Wahl. Wie viele Narschuhl sind es? Nur einer. Isildur. Der König, der den einen Ring von Sauron nahm. Und ihn dann selbst trug. Das ist das Vermächten des Eurer Ringelkehle, Brimbor. Diese Männer starben in Minasithil. Das sind keine Männer mehr. Zögere nicht! Der Tod kann Ihnen nur eine Gnade sein. Du kannst die Narschuhl nicht aufhalten. Seine Gegner wiedererwecken. Ihn ihre Ruhe verwehren. Sie auf ihre Brüder hetzen. Es gibt offenbar keinen faulen Trick, den sich der Hexenkönig nicht zu eigen macht. Sie werden nicht die Einzigen sein. Es ist besser, wenn Sie uns nicht kommen sehen. Vor langer Zeit führte ich die Armeen der Menschen. Und jetzt werden sie mir erneut folgen. Deine Armeen gehören nun mir. Sie waren deine Kameraden. Jetzt sind sie meine Sklaven. Du bist von der Dunkelheit befreit. Orang sowas. Wie ist das? Geh! Komm Talion, Isildur muss in der Nähe sein. Du wirst dich dem Hexenkönig beugen, an unserer Seite sollst du ihn dienen. Oder du wirst sterben und als meine Marionette wiedererweckt, du hast die Wahl. Lässt meine Qualen teilen, oder? Du kannst mich bestehen, du narrischer Waldkörfer. Wer sich widersetzt, wird brennen. Komm ins Licht, Talion! Du bist der Hand. Alle, die den Ruf hören, dienen dem dunklen Herrscher. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Kastamir, er dient immer noch dem dunklen Herrscher. Kastamir! 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 Das war's für heute. Ah! Isildur wird noch mehr gefallene Gondors erwecken. Ich werde ihn finden. Wir beide sehen uns wieder. Solange ich diesen Ring trage, wird es sicherlich geschehen. Er füllt seine Ränge schneller, als wir sie lichten. Kein Feind ist stärker als er. Alle Feinde haben Schwächen. Oder eine Stärke, die wir uns zunutze machen können. Wie ist dein Ende? Offreden, Valenor! Lightyear! Take it! Take it! Take it! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dablin, Leidner! Dein Pfad ist meint. 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 Die Stimme ist meint. Immer weiter so! Lass sie nicht vorbei! Herr Hilfe! Jetzt mehr, Captain! Lass sie nicht vorbei! 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 Nicht anhalten! Weiter zum Übungsgelände! Geht das für den Feind auf, Anführer? Jetzt töte ich dich! Schlagt ihn von der Seite! Das ist unsere Festung! Keine Bahn! Sie sind auf dem Übungsgelände, genau da, wo wir sie haben! Sie werden bald streichen! Sie werden bald strechen! Jetzt muss er ein Kom ablehenswerten. Ist es wichtig, dass wir sonst alleinルere Kosten von über détest? arguing und dient actions zu weinen nur noch lange dauern, Herbert, der victorfer Vergebt euch hinter ihn! Heiler auf einmal! Was? Was ist das? Ich danke dir. 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 Ich... Ich danke dir. Ich... 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 Ich...